Nein! Hundtotototototototototototototototototototototee Tot HUNTTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOT Tot Yo Leute, was geht Ihr ab? Wir sind endlich wieder zurück, zu Let's Play Call of Duty Black Ops 2 Ochh, Fick dich Handy Äh... Mit dem Friedrich! Genaau! Aber, danke, dass du sagst, äh, Fick Dich Oder, Fick mich, ja danke Ha! Danke Mit dem... Ich meinte mein Handy, du Arsch... Okay. Ja, hier ist der Fickdich. Wir sind zurück und wir haben ein kleines Battle. Genau. Wir beide Quizgaben nebeneinander. Ihr wisst, wie das ausgeht. Ich werde voll versagen. Friedrich wird alles absagen. Niemals. Wir spielen auf Nuketown bis 20 Kills. Genau. Alles erlaubt. Bloß halt nicht in der Ecke campen und irgendwie schroben. Also hart schroben. Frei für alle. So, ich habe die Balliste. Was hast du für eine? Äh, keine Ahnung. AXPR 50, die Ballista oder wie die heißt, die habe ich von mir. Oh, komm schon. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's einfach nicht hin. Ich brauche diese andere auch, wenn die nur Einen Schuss hat. Oh, da war's ja schon. Oh, Mann, war ein Junge. Das gibt es nicht. Ich bin so schlecht im Snipern. Alter, aber gerade eben, als wir so ein bisschen geübt haben, ey. Da ging ich ab, ja. Da war's richtig gut. Ey. Was hast du denn für ein Glück? Du, da hast du es können. Ey, niemals. Oh, der hat mich sogar noch getroffen. Ich krieg's dich doch, alter. Wirklich. Du, ich fang, ich fang doch immer, immer gut an. Boah. Fuck you, alter. Ey, was machst du denn? Was machst du denn? Ey, ich krieg hier einen Anfall. Ich krieg hier einen Herzinfarkt. Ey. Fick dich doch, alter. Wirklich. Achso, hast du Spielaufnahme eigentlich gedrückt? Ja. Gut. Wo bist du jetzt eigentlich? Ich komm mal jetzt raus da aus deinem Malloch. Malloch. Olga, mach Loch auf. Ey, ich hab dich nur angehitten. Hitmarker. Ey, das gibt es. Und was hast du denn für einen Sheet schon wieder eingestellt? Du, ich hab doch M-Bot drinne. Den... Ich hab dich angeblich schon wieder nur angehitten. Ja, hab ich gesehen. Oh, du hast die Elite-Tarnung. Achso, und ich werde sein Video, also aus seiner Sicht, mit reinschneiden. Oh, fuck you, alter. Jetzt legst du hier los, oder was? Da fink ich jetzt. Jetzt kann doch hier nicht wahr sein, hier. Wo bist du denn jetzt schon wieder mit deiner Wichsbetti? Die hast du doch schon wieder irgendwo hingelegt, ey. Wo bist du? Oh, da ist schon wieder eine Claymoy. Du willst mich doch verarschen mit deinem Scheiß hier. Ach, komm, ey. Ey, Volltreffer! Vor allem, Junge. Ey, so ein Scheiß-Lacker. Boah, denn, tippt du? Boah, denn, tippt du? Warndet. Eine Granate. Schade, hast du dich nicht getroffen. er hat bist du eigentlich nicht gerade erzähl mal weiß genau wo du bist jetzt alter schwede Ups, I did it again Mann! Komm her jetzt! Oh nein! Oh! Ups, I fick dich again Ich seh dich schon wieder Und jetzt bist du nicht tot Oh baby, baby, scheiße Fick dich doch ins Knie Alter Ich mach keine Kills mehr Ich hab doch gesagt, am Anfang bin ich gut und dann verkacke ich voll Oh, was? Das ist Befriedigung Das ist einfach Befriedigung, dich tot zu sehen Alter Da hast du nicht anvisiert? Ach so Alter, Schwede, ey Hab ich wirklich nicht, was? Da wusstest du genau wo Alter, deine Claimers schon wieder, ey Fick dich So, liebe Zuschauer Jetzt ein kleiner Spaß von mir Wie ein kleiner Spaß von dir Ach so Du bist doch ne Arsch, Alter Ich hab eben Boah, ey Das Oh, wie knapp ist der Vorbeigegangen Boah, angehittet Oh, nee Musste ja mal wieder ein Kill kommen Oh, nee Nicht so ein ekliger Boah Boah, die ist genau neben mir explodiert Und du hast überlebt? Was hast du nur drin, ey? Boah, ich bin zu blöd zum Visieren, ey Ja Fick die Henne, ey Ach so, ich überleg grad, wie ich das dann mache Dass es einigermaßen synchron ist, ey Wird nicht so leicht sein Oh, nee 9 zu 9 Oh, ja Wie meinst du synchron? Meinst du mit den Schüssen und so? Ja, dass die Oh, fuck Falsche Taste gedrückt Aber trotzdem noch Was hast du nur gerade geborgen? Ach so Nein, dieses, dieses Blitzdingens Geblitzdingens Und der guckt da rein und dann wird sich geblitzdingen Genau Achtung, die Ausrüstung wurde zerstört Oh, fuck Ups Ich, nee Aber wir, wir machen es am besten so, dass wir, dass wir uns die Abscha- Oh, fuck you, Alter Ne, warst du hier gerade? Ja Ich hab gerade den Claymore hier hingewiesen Gelegt Mann Wir machen es am besten so, dass wir uns die Abschlüsse nicht, nicht angucken, ja Wenn, wenn wir getötet werden Ja Dann ist es wenigstens einigermaßen synchron Mann Wum Wum, Junge Oh Oh, diesmal musste ich draufhalten, diesmal musste ich draufhalten Oh, du Wichser, ey Diesmal ging es nicht anders Les, Wichsos Ich hab dich irgendwo gerade eben gehört Ah, da Ah Ah Schnell weg Ah Ah Da liegt er Da liegt er sich hin, ey Oh, und voll in die Oh, jetzt hab ich mir den Abschluss angeguckt, verdammt Ey, da liegt er Da legt er sich hin Wo bist du denn jetzt schon wieder? Oh, fuck you Oh, Mann Voll verzogen Wie ein verzogenes Kind Oh, ja Oh, ja Feindliche Truppen haben die Ausrüstung zerstört Ich hab außerhalb der Garage geworfen, verdammt Ja Fick dich, Alter Mann Wolltest du gerade springen? Ja, ich wollte noch versuchen, irgendwie auszuweichen, aber Durch der Schockladung war das nicht so unmöglich Wo ist denn jetzt? Da warst du Wo bist du? Oh Oh, nee Fuh Wollt dich verwohlen, aber hab mich letztendlich selbst verwohlen Ja Das hab ich gemerkt, ey Danke Oh, fuck Hätte ich mal die Granate ein bisschen anders geworfen, ey Ah, nee Du warst ja hier Oh, nee Ey, das war ein Nüterfail jetzt von dir, aber danke Oh, ich dachte, du bist auf der anderen Seite Ich hab mich schon gewundert, warum das Blitzding jetzt da noch steht, ey Aber nachdenken ist ja bei mir nicht so, weißt du Ey, ich häng fest Oh, Volltreffer zum Glück, ey Ja, du stehst immer nur und ich muss hier immer halt rumzappeln da, ey Ja, das ist ja, das ist ja dein Problem Scheiße Oh, ich war so verwirrt Scheiße, die waren da, ey 1915 Was heißt, der letzte Kill jetzt wahrscheinlich So wie ich mein Talent hier kenne Nein, leg dich doch nicht hin Mann, was Spacko So So Alter Alter, mein Puls ist gerade bei 239,5, ey Oh, ne, Spaß Wo bist du, wo bist du, wo bist du, wo bist du Da bist du Oh, voll verzogen, ey Kann man denn so in dein Nebenzimmer, ey Da war der Kill, verdammt Jawoll 2016 Scheiß, die waren dann So, den letzten Kill können wir uns jetzt nochmal angucken War aber kein guter Ne Ich hab nur spekuliert, dass du da rauskommst Naja Aber volle Kante durch die Treppe Gut, Leute Das war unser privates Match Wenn ihr mehr davon sehen sollt Gebt Sollt Wollt Ist es möglich, einen Daumen nach oben zu geben Und wir sehen uns dann in der nächsten Runde wieder Bis dahin Tschööö Oder einfach in die Kommentare schreiben Oder so ja! Das können wir auch machen Tschööööö